So, jetzt, aber jetzt kann ich hier auf BF Weevil aufrüsten, eine Million, ich weiß zwar, es ist es nicht wert, aber ich mach's, ich mach's, ich mach's, ich bin alt und brauche kein Geld, ja, ich weiß ja auch, und schon sieht das hübsche Fahrzeug aus wie ein Stück Scheiße, so schnell geht's, also Panserung drauf und die besten Bremsen drauf, Stoßstange, ich sehe nix, das ist alles ok, hat so viele Stoßstange Optionen jetzt hier wie andernorts insgesamt für, insgesamt modifiziert werden kann. Naja, nicht viel Schönes dabei bisher. So, was machen wir dran? Schatz, sagst mir, was machen wir dran? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich lass mal serienmäßig, weil ich mich nicht entscheiden kann, jetzt hinten. Das Ganze von hinten wird doch immer am schönsten. Oh, hinten offen, oh, ist das geil. Oh mein Gott. Oh, mit so einer großen Antenne ist das besonders schön. Hinten offen und große Antennen, wie ich das lieb. Der ist es, der Injektor. Ich schau mir den jetzt auch an. Du sollst hier bei mir zuschauen, verdammte Kacken. Du sollst nicht nebenbei noch Pornos schauen. Ich hab dir das schon hundertmal gesagt. Unglaublich, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Rote Tuning-Nebelscheinwerfer. Wo ist da was rot? Das ist ein bisschen rot. Gut. Komm, was rot ist da rein. Genau. Schlussleuchten. Das gefällt mir doch gut. Ja, ich weiß, du bist Pornosüchtig, aber jetzt kannst du mal, weißt du, dich ein bisschen zurückhalten. Das ist auspuffgedöhnt, wirklich. Ein großer Scham. Ich schau gerne noch ein Gelegung und Kuh senkt Charlie. Ja genau. Und wenn es nicht weh tut, ist es nicht, ja. Ist es nicht richtig gemacht. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich denke, ich muss was nehmen, was zu mir passt, aber ein großes Endrohr wird da. So, das große Änderung muss es sein. Sprengstoff? Nee. Abenteuerkitt. Eine Chromleiste. Retrohumpen. Also ich finde Humpen ja toll, aber... Sieh gar nicht, was sich ändert. Augennieten, Augenstachen, Augenketten. Oh Gott, es wird noch die Zerstörung. Wie ist es? Auf dem Weg. Oh Gott. Auhh. Im Moment. Nix Bombersitzen. Seriemäßig. Schön Freio, ist auch nicht schlecht. Seriemäßig. Schaltknüppel. Ein schöner Schaltknüppel, da kann man nichts dagegen sagen. Das erfreut die Damenwert. Aber ich denke, Standrad, der hat so eine gute Größe, da passt er noch gut rein. Also von daher lassen wir das. Also gut rein, er passt gut ins Auto rein, ja? Nicht, ähm... Kann doch nichts anderes gemeint sein. Das ist Ängelung, da. Das ist Ängelung, da. See, Nix. So klein, überall käfig. Seriemäßig. Ja, Seriemäßig. Ich muss noch etwas Rotes einbehalten lassen. Ich habe hier schon wieder die Farbe geändert. Was ist denn da? Was ist denn da noch los? So, ich kann nicht überhaupt nichts machen. Kein Design. Kein Design oder dann sowas? Nein, kein Design. Diebstahl und Verlust haben wir. 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 Das ist ein Kuchen. Das brauchen wir. Wie? Diebstahl. Der Textahl und Verlust haben wir. Wie? Diebstahl und Verlust haben wir. Der Textahl und Verlust haben wir. Aber ich lasse mal Standort. Verstehe ich jetzt gar nicht warum dann? Warum das weiß ich wie es aussieht, aber ich lasse es. Doch, Gepäckträger. Ja wieviel ist los? Wetter dann noch? Komm das nehmen wir. Polierte Dachstachel. Ja das poliert ist immer schön. Können wir da noch morgen nicht jemanden nachpolieren? Ja. 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 Das gefällt mir. Reifen. Ne, ich lasse offen an. Mach hier nur schusssichere Reifen drauf. Reifenkolben. Den spare ich mir auch. Die Fenster. Dunkel. Das war's. So, jetzt bin ich gespannt. Wie ein kleiner Pflichterbogen.